Die Walküren. Kriegerinnen, die einen Pakt mit den Göttern eingegangen waren. Jede kann Ruhm für unsere Toten erringen. Sie können den Verdienstvollen einen Platz in Valhalla sichern. Aber sie entscheiden selbst, für wen zu kämpfen. Die sind eins mit Schwer und Schäden. Schwer, Pferdensucherinnen. Und vielleicht die einzige Hoffnung auf Erlösung. Schwer, Pferdensucherinnen. Möhre. Ein passender Name für diesen schrecklichen Ort. Man schickte mich, um einen Weg zu finden. Suchen wir für den Anfang einen Außenposten, ein Lager oder sonst irgendwas. Deswegen geht es jetzt mal richtig weiter. Und ich habe mir das Spiel wieder zur Brust genommen und durch das letzte Update ist es auch ein bisschen schwieriger geworden. Jetzt müssen wir mal gucken, wo ist denn der Land gelaufen? Eigentlich spiele ich das auch realistisch, aber... Ich habe mal Stufen runtergenommen. Wo ist er jetzt hingelaufen? Warte mal. Wir stehen hier und er ist nach links gelaufen. Ja, eine Valkyra sind wir diesmal. Okay. Das ist ja was. Die kann man auch... Ah, jajajajaja, zwei. Äh, äh, passt aber auf hier. Das geht so aber nicht. Ey, komm, ich mache ich fertig. Bam. Und... Das war echt schon frech, aber jetzt wird es doch frecher. Ey, es kommt wohl mehr. What the fuck? Äh. Äh. Bam. Ich bin da her, hier mal. Da liegt der Charakter hier. Das war wohl eigentlich ganz klar. Nein, ich habe die Fallschwung gemacht. Nein. Nein. Hier blocken. Bam. Oh shit, das war kein Griff von oben. Das war schon hart für mich. Gut, weiter geht's. Oh, eigentlich sind wir ihn mal hier. In den ganzen... Sö, äh, hier. In den Sumpfviertel. In den Arschentrauben. Nicht mal bei den Wickenhaus. Aber... So, ich bin hier und... Sehr unten, ich bin hier. Ich bin auch zwei normalen Kämpfer. Kann man mich noch Sachen sammeln? Ob ich den Topf kaputt machen und... Schichtsfakten sammeln? Ich bin markiert mit Sternen. Ah, jo, da. Hab ich ja gefunden. Den Strand zu erobern war eine Sache. Möhre zu durchqueren, eine ganz andere. Aber an der Küste gab es nichts zu holen. Der Reichtum der Samurai lag hinter dem Sumpf. Oh mein Gott. Ich will dich wieder gegen zwei kämpfen. Hä? Der wirst du mich verarschen? Hä? Gebt denn jetzt hier ab? Äh, das ist das Ganze kaputt. Äh, muss ich bis es gegen drei kämpfen. Äh, das ist das Ganze kaputt. Ich bin vier. Fahrwerk. Er hat mich verraten. Jetzt kommt eine ganze Armee, wir hätten... Oder einen Dicker. Den auch immer der Krieger alarmiert hatte. Ich musste mit ihm reden. Das ist ein Dicker. Tag, dann geht's so. Ja, 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 du mich auch. Wir kommen ran auf den Meter. Ich hab gesagt, komm ran auf den Meter. Oh, genau. Mal links. Sie hätten einen unserer Kundschaster gefangen. Jetzt muss ich was zu leichter als Dick machen. Wir haben einen Langschwert. Jetzt kann ich auf. Oh, das war gut. Äh, 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 äh. Nix da. Oh, was? An ihm, an ihm. Jetzt. Oh, schau. Ey, ich werde schon zwei Seiten angegriffen. Oh, ich. Joach. Ich lache euch. Oh, ich. Oh, ich. Oh, ich. Oh, ich lache. Oh, ich lache. Die Überwachung und Verteidigung von Myra obliegt den vielen Häusern der Daimyo. Ihre Verteidigung ist unterschiedlich stark, aber keinem der Kämpfer mangelt es an Können. Dieser Sumpf hat kein Ende. Okay. Ist oben einer, den wir abwerfen können. Hier ist ein Kleinvolk. Oh, hier gibt es kein Ende. Ähm. Wo ist das denn? Scheiße, lebt mich. Ernsthaft? Wer ist gerüstet? Können wir nicht hier hin? Die können zu uns. Okay, wir müssen außen rum. Es riecht nach verfaultem Fisch. Es riecht nach verfaultem Fisch. Komm her. Du bist kein Gegner, du bist. Ich hab jetzt auch noch schwerer. Mach so mit. Was ist das? ich muss zu den dogs würde viele wikinger das leben kosten und die keinen sicheren weg zur stadt finden konnten und vermutlich selbst dann ich muss schnell die docks der macht er ist fast auf du kriegst den stock rein gut gerade ist nicht dahin zu der mauer Ach, ich denke mal, ich kriege jetzt einen Feuerhagel ab. Ich habe noch einen Pfeil trocken und tief die Steckung ist, das ist ein Durchschuss und ich laufe noch. Gut, ähm, kein Schiss. Hier haben wir einen Speer. Ja, ich weiß nicht, was er hat. Ah, ich weiß nicht, was er hat. Ich weiß nicht, was er hat. Oh, man, ich bin hier drin. Der nimmt seinen Pass hier vorne ein. Das ist nicht mit mir. Das ist halt ein guter Kampf hier. Nein! Das kommt gleich einmal zu. Dann mach ich. Hey! Ich wusste nicht, ob ich es genau ist. Ich wusste nicht, ob ich es genau ist. Ich kann es noch mal hier zu decken. Ich ging nicht durch. Ich kann es nicht durch. Ich kann es nicht durch. Der Berenkrieger. Also, was haben Sie gesagt? Ich spreche Ihre Sprache nicht. Tja, und jetzt brauchen wir Karten. Es gibt ein Kloster. Woher weißt du das? Ah, das ist ein Kloster. Das ist voll der practicalen Bein. Sieht nur in der Decke etwas tun. Ahahahahaha! Warte hier! Ich hole einen Stärken ! Warte hier auf uns! Nee, guck mal bestimmt nicht. Tja, das war's mit dem Kapitel. Auf zum nächsten Abend, euer Jan. Ja, solange wie es hier noch kein Bosskampf ist, kann man's glaub' wieder mal auf schwere Stellen. Das ist ja hier keine Herausforderung.